Alter, das war echt sau witzig. So, Servus Leiteln. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Episode Nummer weiß ich jetzt nicht genau. Irgendwas mit 60 auf jeden Fall. Und zwar sind wir gerade bei uns im neuen Office. Da sitzt der Marius, der cuttet unsere Videos da hinten. Genau, da sitzt der Elias. Da sitzt der Fabio. Aber warum heute da sein? Anlässlich zum Launch unserer neuen Line haben wir überlegt, dass wir einen Fan beglücken und ihm das Paket persönlich vorbeikommt. Wir überraschen den einfach. Wir fahren da hin heute und dann übergeben an die Bestellung, was glaube ich ziemlich cool ist. Genau, aber jetzt schauen wir, was wir eigentlich alles Neues haben. Das sind die Longsleeves. Da haben wir den neuen Hoodie. Sollen wir ihn mal aufmachen? Machen wir auf. Der ist mal so richtig, richtig mega geil. Wir haben natürlich auf die Details geachtet und das ist halt schon ziemlich geil, so Push Your Limits, also damit man es auch nie vergisst. Genau, ziemlich sick. Dann weiter geht's mit ... Geh bitte, nächstes Jahr ein bisschen sanft mit den Pullis um. Okay. Okay. Denn natürlich unser neuer Sip-Hoodie, dann finde ich richtig, richtig geil. Ja, Sip-Hoodie ist grandios sick. Ja, bis zu Teppert. Genau, dann der weiße Hoodie. Genau. Komplett in weiß. Komplett in weiß. Standard-Klassik-Hoodie. So, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir weiter und zwar jetzt suchen wir uns immer noch außer, dem wir das Zeug vorbeitragen. Genau. Okay, auf jeden Fall, wir tippen jetzt da Innsbruck ein, weil wir wollen ja nicht so weit fahren und jetzt schauen wir, ob wir da ein paar Bestellungen haben und wenn wir da beglücken können, hallo, es lädt nicht. Unser WLAN ist sehr schlecht. Was machst du jetzt da? Arbeiten. Marius ist am Arbeiten. Das ist mal was Neues. Das coole bei unseren Sachen ist ja, dass das custom-made ist. Genau, also das ist unser Schnitt, das kommt alles von unserem Input. Lass die Finger davon! So, Leil, jetzt sind wir so weit und ich habe jetzt gerade geschaut, Innsbruck, was haben wir da auf eine Bestellung. Bestellt ein Long-Sleeve Kids in Black and White. Also mega cool, weißt du, das sollten wir sogar da haben. Und zwar, wir haben das neue Long-Sleeve da. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir schnappen das T-Shirt und gehen einfach vorbei. Geschenk, Armband und ein Cap fix. Alter, der bestimmt ein Gauder. Passt. Also, let's go. Magst du mir da hinten mal ein GoPro hertun? Schwingen wir uns auf die Bikes und machen uns auf den Weg dorthin und dann würden wir sagen, let's go. Ja, bis zu des Wands. Entschuldigung, Entschuldigung, du hast ein Loch hinein, oder? Ja. 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 Was ist der Plan? Wir haben da gerade so eine Wahl gefunden, wo der Elias jetzt so Soppel oder so probiert. Das war nicht so, wie ich mir gedacht habe. Es war schön. Das war nicht schön. Was sagst du dazu? Nix. Nix. Also mach. Ja. 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 Cool. Und jetzt machen wir euch noch fertig in einer Runde Billiard oder wie? Ja. 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 Moment. Oh Gott. Ja. 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 Oh mein Gott. Was hast du? Du bist so verloren, dann! Yes! Yes! Schnapp, Alter! Aber gut, ich spiel! Ja, voll! Cool, zwar letzte Runde, die zielsternische. Ja! Ohhhh! Yeah! Fantastisch! Coole Geschichte! So, packen wir's! In jedem Fall, schönen Tag! Tschüss! 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 Ja, Moin! Tschüss! Tschüss! So, hätten wir's! Mission erledigt! Alter, das war echt witzig! Ja! Ja! Kom, kom, kom! Woo! Yes! Go! eri! Hallo! Ja, he grounding sich! Hallo! Ja, bist zu teffert, Alter. So, Leute, jetzt haben wir es geschafft. Ich glaube, wir haben jetzt echt einige Kinder glücklich gemacht. Es war mega witzig, das Spiel mit ihnen. Vielleicht machen wir sowas ja öfters. Das war's von der Episode. Und zwar die neue Line. Die gibt es jetzt im Onlineshop. Also ab jetzt auch mega geiles Zeug. Ich glaube, wir finden es auf jeden Fall eines von den coolsten, was wir bisher so gemacht haben. Genau, voll vor allem sind wir jetzt eigentlich mit der Qualität so richtig zu finden. Mega, mega warm auch. Genau das Richtige für den Winter. Und es wird schon ganz die Lungen weh, weil wir so durch die Stadt geprescht haben. Ich glaube, das war's. Das war's, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus, Leil. Bis zum nächsten Mal. Ciao.